Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. FaceOne hat für CaptureOne gerade eine Pre-Order-Kampagne laufen, bei denen ihr bis zu minus 20% sparen könnt. Und gleich nach dem Intro geht es weiter mit den Details. So, im Prinzip richtet sich das Angebot zunächst einmal an Bestandskunden, aber für neue Kunden habe ich was, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Kommen wir zur Pre-Order-Kampagne selbst. Hier gibt es im Speziellen zwei Pre-Order-Angebote. Das erste richtet sich einmal an die User, die CaptureOne 12 oder 11 oder 10 gerade nutzen. Diese bekommen nämlich ein Upgrade zum Preis von einem. Also ihr kauft euch CaptureOne 20, bekommt einen neuen Lizenzschlüssel, mit dem ihr euer CaptureOne aktivieren müsst. Und dieser gilt dann noch weiter für CaptureOne 21. Das habt ihr dann nachher dabei. Für diejenigen, die CaptureOne 20 bereits besitzen, für die wird das Ganze, sagen wir einmal, eine Katze im Sack-Aktion. Ihr habt zwar minus 20% Rabatt und bekommt ein kostenloses Style-Bag dazu. Das besteht dann aus den beliebtesten Styles von CaptureOne. Warum die Katze im Sack? Aktuell gibt es noch keine Infos oder Leaks zu den nächsten Funktionen von CaptureOne. Also ihr bezahlt für eine Version, ohne zu wissen, ob sich das Upgrade für euch überhaupt lont. Für jeden, der ein Abo sein Eigenen nennt, so wie ich zum Beispiel, das wird dann kein Problem sein. Ihr bezahlt sowieso monatlich oder jährlich eure Gebühren. Für diejenigen, die eine Kaufversion erwerben wollen, die haben dann so ein Problem einfach. Weil ihr kauft etwas und wisst nicht, ob das Upgrade sich für euch überhaupt lohnt, ob ihr das überhaupt braucht. Sei es drum. Ich wollte euch auf diesem YouTube-Kanal darüber informieren, dass es die Pre-Order-Kampagne gibt. Die Links dazu habe ich in der Videobeschreibung. Und hier kommt es. Ein Link ist für Bestandskunden. Da kommt ihr mit eurem Account in den Pre-Order-Shop rein. Da könnt ihr dann mit Pre-Order 2020 den Rabatte werben für alle Neukunden. Da habe ich ebenfalls einen Link. Und da gab es vorher schon eine Annual 25-Aktion. Und da könnt ihr minus 25% aber bei einer Abo-Lizenz sparen. Das heißt, für alle diejenigen, die das kein Problem ist, dass sie ein Abo wieder sich nehmen, die können dieses Angebot nutzen. Für die ist das der Rabattcode annual25. Da klickt ihr einfach bei einem Rabattcode drauf, auf Einlösung und schon habt ihr die minus 25%. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Schaut auch in meiner Facebook-Gruppe Capture One Like A Boss vorbei und klickt auf den Link für den Telegram-Kanal, wo ihr ebenfalls News- und Blogartikel von mir bekommt. Und der garantiert auch Aluhut-frei ist. Also keine Sorge. Ja, also dann, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.